So meine Freunde, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Let's Play GTA 4 Multiplayer mit mir dem Zocki, dem Corsil und dem iPhone. Hallo. Hallo. Wir machen heute Bombenanschlag Nummer 2 und los geht's. Und der Döner kostet 3,50€. Genau. Heute im Sonnenangebot. Muss mal erwähnt werden. Ja, Corsil. Ja gut, wir können anfangen. Ja stimmt. Ups, ups, legt ey. Übertrieben. Ich hab... Da steigt er einfach mal bei mir ein. Corsil. Oh, alter. Übelst Legs ey. Ja, ich merk, du bist aufs Maul geflogen gerade, alter. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Irgendwie. Doch, jetzt bist du von dem Auto angefahren worden. Ja, holst du das Auto. Okay. Gut, dann los geht's. Ey, Zocki, das ist ein Internet-Bug. Ja. Ich sehe, du denkst, dass ich runter angefallen bin, aber bei mir, ne? Also, ich gehe weiter. Ja, das ist immer so. Komisch. Naja, kann man halt nix machen, ne? Die Ute ist egal. Ne, du bist übelst. Shit happens. Man geht doch. Oh man, oh man. Oh man, oh god, oh no, oh god, oh no, oh god, oh no. Flüssiger, komm jetzt. Das FPS. Ich hab schon eine 60 FPS. Gefühlsmäßig, ich hab kein D-Story. Bei mir 30. Bei mir auch 30. Aber das wechselt ja eh immer. Ja, das reicht schon aus. Ja. Trotzdem ist 60 FPS ein schöneres Spielgefühl. Aber, aber wird dann, what the fuck, was wird denn? Was geht? Hab's auch gesehen. Was geht bei mir eigentlich hier? Der Untergrund, der... Ich kenne Ahnung. Das hört alles süß bei euch kack's ab. Ja, der Untergrund, also die Straße. Die sieht voll komisch aus. Mit euch los, bei mir läuft's alles sauf lustig und wunderbar toll. Na jetzt geht's auch bei mir wieder. Mir auch. So, okay, jetzt ist es wieder schwierig. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Ihr müsst an meine Karamele schon, ne? Das hat hinten voll die Beule, ey. So, die wollen auf die Fresse. Das könnte gerne bekommen. Na, komm her. Downsense. Ja. Das ist die beste Methode. Das ist die beste Methode. Einfach ein Besuch, weil es so ist. Alter. Ich konnte nichts machen. Ah ja, ja stimmt, das sind... Ach, der lebt noch. Die haben noch, äh... Den Überraschungsangriff und so. Oh, komm, geh sterben, Alter. Boah. Der liegt da. Okay, ich steig hinten ein, den Transport, wenn das geht, oder? Nein, 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 nein. Fuck, der steigt da nicht hinten ein. Die Sitze, glaube ich. Doch, der steigt hinten ein. Gut. Er einfach, komm mit. Ja, die Polizei fährt mich an den Fliegenstirn. Ficken, den Männer. Okay, dann ball ich mal da raus. Und Bullen. Bullen, zack, bam. Yeah, stylisch. I'm back. Bang in the New York, roof. Ja, das Lied kam bei mir auch gerade. Bang in the New York, roof. Das ist cool, das Lied. Lieber es. Bei mir ist gerade die VIP. Weber. Ich muss mal den Sender wechseln, Alter. Das geht ja gar nicht gerade. Sender wechseln? Sender, ja. Was hörst du denn für den Sender? Ähm, warte. Ähm, was ist das denn für einer? Äh, Tavs, äh, Tavgong. Ich wollte gerade das Song sagen. Song. Ja. Ähm, ich wechsel jetzt mal auf The Vibe oder so. Ja, das hab ich auch gerade am Laufen. Ich hab mir bei die Rock vor den Wind. Ja, mach ich auch mal jetzt. Schlecht. Schlecht. Oh, die Bullen, ey, verpisst euch jetzt mal, ey, meine Presse. Ich hab'n schönen Fernes, weise way. Ah, scheiße, ich war gerade. Der war nicht so gut, quasi. Ja, weil, ich war gerade an Zielen gegen die Bullen mit dir und dann, not very good. Bei mir liegt das Spiel vom Internet hier. Alter, Bullen, verpisst euch jetzt, doch mal, ey. Oh, Granaten hier, bitte schön. Granaten für euch. Ein Wort, verbiss ich von dort. Alter. 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 Bei mir wärst du fast ins Wasser geflogen gerade. Bei mir auch. Bei mir irgendwie nicht. So, Corsi, der Flieger, oder? Ja, ich hab dir auch in der Schule Wichteln gemacht. Was? Meine Klasse hat das vor, aber einige Leute hatten uns auch keinen Bock gehabt und von daher war das für mich. Ja, Wichteln. Was soll das sein? Ich mach's, verpisst dich. Was soll Wichteln sein? Mann, ich bin mal jetzt. Jetzt, ey. Du kannst doch alleine fahren. Er fliegt einfach weg jetzt. Komm, Corsi. Alter. Alter, nicht einfach mal platt. Fliegt es mir im Arsch. Komm. Jetzt fährst du hier Molotow, oder? Oder Granaten? Ja, das sind Granaten. Ja gut, komm jetzt, Corsi. Komm jetzt. Ich will fliegen. Du olle Zicke. Ich will fliegen. Alter, jetzt, äh, egal, dann musst du halt leider alleine hinterherkommen. Und, äh, ich will. Ja, ich will. Aber wenn er auch ist, und ich bin dann, dann ist es auch gut. Ja, einfach mal in die Ferne. Und der Hauptgrund. Ja, mit dem ist auf jeden Fall gut unterwegs. Und schneller, glaube ich. Auf jeden. Auf Boden natürlich. Boah, und schwarzen Fernseher, aber da habe ich mir Zeit, den zu krallen. Autsch. So, gut. Liberty. Liberty Rock. Colony Island. Okay, wir machen wieder von der Brücke, oder? Oder von... Von den Häusern mal. Okay. Ja, ihr macht lieber Fern und ich mach wieder Nachkampf. Warum bekomme ich jetzt eigentlich keine Sniper am... Also am Anfang, das wäre echt geil. Guck mal doch. Ja, wo? Also, ich habe doch... Ich habe hier gerade nur die, ähm... Achso, na, im Helikopter haben wir die natürlich nicht. Äh, irgendwie, ne, bekomme ich immer die ganze Zeit. Oh, blöd und schlusslos, dicktisch. Steigt doch... Oh, Mann. Der alte Sack, Alter. Ah, doch, ich habe die Sniper, sorry. Mal... Habe ich falsch gesehen. Habe ich direkt verschwunden. Ich veraubt die Porte, Fock, Sultan. Er ist... Not. Der Infernuslande, der so weggerammt, ne? Ich bin weggeschleudert von der Brücke, ne? Eistach, aber auch bei The Metroid Gamer mit. Der braucht vernünftige Spieler, die nicht andere und seine Autos zerstören. Das lässt auch noch eine Mission. Der hat wie viele Abonnenten hat der noch mal? 15.000 Euro. Ah, cool. Selbst wenn ich 1.000 Abonnenten hätte, würde ich mich richtig freuen. Ja. Weil das ist schon mal ein Anfang. Genau. Naja, aber leider ist es nicht so. Man kann nicht alles haben, sag ich immer. Auch nicht wie früher. Okay, und da bin ich, Leute. Peace. Yeah. So, wo sind noch welche? Ah, da hinten läuft noch einer. Ja, man sieht, ich kann das nicht. Wir schießen da, wir schießen da, wir schießen da. Irgendwann schießt hier. Okay, das wär's, glaub ich, oder? Weitere sind da jetzt nicht. Da ist noch... Die Leute kommen schon aus dem... Schiff darauf gekrochen. An die Sitzbücher. Können wir jetzt verledigen, ist es gut. Ah, gut. Ihr seid besser in der besten Position als auf der Brücke. So, und springt... Ah, hier. Lol, den hast du eiskalt gekillt. What the fuck vor mir ist... Oh. Wo sind denn da noch welche? Ich seh' gar keinen. Das war's schon, oder? Seger. Irgendwie hab ich ja Bock, mit euch Far Cry 3 im Korb zu zocken, ey. Aber... Kein Geld. Ja, ich müsst... Ja. Beziehungsweise kein... Kein Geld dafür ausgeben, also noch nicht. Ja. Ja, ich auch nicht. Das ist eine nette Umschreibung für Illegaladen. Ja, genau. Jetzt haben wir's eh aufgedeckt. Scheiß doch drauf, Alter. Interessiert er sowieso keinen, macht er heutzutage sowieso jeder. Ja, richtig. Ich fähre mal kurz die Bullen los. Ich bin so schon los, einfach so. Ja, aber halt die meisten, die machen das so. Mit Cracks und so. Ja, die meisten würde ich jetzt nicht sagen. Einige. Die meisten sind in der E-Konsolen-Zocker und da geht das eh nicht. Doch, klar, geht's auch. Ja, aber sehr komplizierte... Die Konsole zu cracken, dann für den Stick zu bezahlen. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Dass man für so einen Stick bezahlt, um Spiele kostenlos zu bekommen. Also, man kann dieses Image immer da drauf brennen, also. Auf die CD, das geht. Für Xbox und so. Wenn man da tisch würde, sind wir immer bei Xbox Live gespielt, na, Glückwunsch. Ja, da hast du verkackt, ne? Ja. Eiskalt, motherfucker. Oh, 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 da kommen sie schon. Komm, Abstand, ich muss mal die Waffe wechseln. Äh, lol, was für ein Bug, ich bin einfach mal so runtergefallen, einfach so. Alter, sind das für Vollidioten? Och, ihr Hurentöne. Mann, ich bin erster, aber nicht mehr lange. Fuck, jetzt muss ich das nochmal machen, Alter. Ich bin letzter. Lol. Ich bin erster. Nein. Zweiter. Alter, wie können wir mich die ganze Zeit treffen? Alter, die stehen ja immer auf. Ja, aber, Alter, ich konnte nicht mal schießen. Noch ein... Alter, wenn ich noch einmal verkacke, ich glaube, am besten wäre es, ich gucke einfach zu. Beziehungsweise... Es bringt da jetzt nichts, die ganze Zeit einfach reinzustürmen. Ne. Ach. Alter, die kleine Penner mich noch von da ganz hinten, 50 Kilometer weit wegtreffen, ey. Ich hole mir mal eine Schutzweste. Ist wohl besser so. Wir spielen sie aber auch auf schwer, damit die Suche nicht denken, wir sind Noobs. Genau. Das geht nämlich gar nicht. Genau. Bei mir hat nämlich... Bei mir hat mal einer geschrieben, äh, bei irgendeinem Far Cry 3 Bart, Opfer, du laberst nur Scheiße. Alter, musste ich mir da so köstlich einen ablachen, das war so geil. Oh Mann. Was dafür, was für Leute da einfach so im Internet unterwegs sind, die braucht keiner, sage ich mir da immer. Hater. Ja, das ist nicht mal konstruktive Kritik, er könnte ja sagen, okay, so, du machst die Bombe, ne? War jetzt nicht unbedingt ein Hater, der hat mir kein Dislike gegeben, aber trotzdem, dann schreibe ich so. Dann könnte er einfach sagen, dann könnte er einfach sagen, ja, das Video gefällt mir leider, denke ich, aber, naja. Ja, eben. Es fällt. Ja, konstruktive Kritik, das machen die meisten Leute nicht. Okay, das ist und das nicht, du müsstest das besser machen, dann wirst du dir auch gut. Aber nein, sie schreibt nur Scheiße. Ja, solche Leute gibt es leider nur wenig. Ja. Ey, ey, wenn sie jammern sollen, dann noch richtig, finde ich. Ja, und ich schreibe dann immer, dann schau dir das wieder nicht an, ich zwinge dich ja nicht dazu, ich stehe ja nicht mit der Knarre vor dir und sag, du guckst dir jetzt das Video an, oder ich schalte dich ab, weißt du, so. Ja, das ist auch ein Punkt, das, was viele Leute einfach nicht rappen wollen. Ja. Es ist einfach kostenlose Unterhaltung. Und wenn er die, also wenn er die einfach nicht akzeptieren will, dann, gut, dann ist das halt so. Ja. Aber, naja, manche wollen sich raffen. Ja, wie zum Beispiel der Burak, 6, 7, 9, oder was, mein Gott. Genau, Burak war auch ein Bauer. Alter, der labert, der labert ein Scheiß, Alter, der tut sich das selber an, meine Videos zu kauen, ey. Mein Gott, lecker. Boah, lecker. Lecker, da, dafür stehe ich mit meinem Namen, ne, iPhone. Lecker schmecker, Hundebäcker. Alter, wo ist der? Und, Frau, ich bin mal da oben und ich bin einfach mal neben dir. Ey, danke, Korsi. Ich bin fast tot, wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Okay, Korsi, du warst meine Rettung. Gerade eben. Okay, dann gehe ich schon mal runter. Down, down, down. Down, down, down. Oh, aber, Zoki, oben, da haben wir, ja, noch Gegner, da könnte ich mal Hilfe gebrauchen. Ah, okay, Gott, ich komm. Hier drin. Du bist dabei, da sich dein Fuß. Uh. Fak, da ist noch der Gegner. Scheiße, der steht da noch. Und ich tu die Bombe einfach mal platzieren. Warte mal, die Killigmeyer. Ja, du kannst ja platzieren. Ja, ich hatte aber Angst, dass er mich dann killt. Nein, das kann er nicht, die treffen einen nicht, wenn man, äh... Ah, okay, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Und das war mein Letztes Leben. Kommt einfach runter, ihr Monk. Das war mein Letztes Leben. Komm, den Letzten kill ich auch noch. Oh, und so, zack, down ist er. Eine reine Klasschina. Eiskalt. Okay, das reicht, die Bombe explodiert, ich spring, ne, ich spring da nicht runter. Das wäre keine gute Idee. Ich spring ins Wasser. Ja, so wie immer halt. Genau. Ja. Ja, gerade ging's leider nicht. So. Ich spring ins Wasser. Oh, lol. Oh, was für eine Scheiße. Egal. Und einfach ist einfach mal so cool und schön. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Leben. So, zeittechnisch, wie sieht's aus? Was? 13 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal. Tschau. Was? Was?